Was ist eine Schabracke? Oh, äh, weiß ich nicht. Schabracke, sagt man das nicht manchmal, wenn man jemanden beleidigen will oder so? Ja, ich finde es hört sich an wie Baracke, also irgendwie sowas Zertrommertes heruntergekommen ist. Ich stelle doch Fragen. Ja, kann ich jetzt nur nicht beantworten. Irgendwas, was mit Münster zu tun hat, hundertprozentig. Könntest du dir was unter einem Ochser vorstellen? Ochser? Klingt irgendwie wie Hexagon. Keine Ahnung, wirklich gar nichts. Was meinst du jetzt beim Reiten? Ist ein männliches oder ein weibliches Pferd besser für die Dressur geeignet? Ich denke ein weibliches. Ein weibliches. Warum? Weiß nicht, weil das weibliche vielleicht besser hört. Ich habe mal auf einem männlichen Pony gereitet, das war ganz okay. Was ist wohl gemeint, wenn ein Pferd bergauf springen soll? Bergauf? Klingt wie Hochspringen. Da ist nach oben springen, so hoch so. Mit den vorderen Füßen zuerst. Wenn die Stange, wenn es immer so höher wird, wenn unten eine Stange ist, dann in der Mitte eine, dann oben. Dann geht es so hoch. Steigen, also auf die Hinterbeine. Wenn man jetzt von Schimmel spricht, was denkst du da? Da denke ich auch an mein Pferd. Was für ein Pferd? Ein gepunktetes. Wie viele Strafpunkte gibt es wohl bei einer gefallenen Stange beim Springen? Keine Ahnung. Zwei, eine, keine Ahnung. Fünf. Eine gefallene Stange, kommt drauf an. 20. Was meint man, wenn ein Pferd klemmt? Ich weiß nicht, wenn sie es nicht traut zu springen. Dass es nicht richtig geht, dass es nicht gut läuft. Dass es irgendwo nicht rauskommt. Dass es irgendwo nicht rauskommt, wahrscheinlich. Was ist wohl ein Serienwechsel? Serienwechsel, andere Location oder irgendwie sowas. Serienwechsel im Sinne von, keine Ahnung, im Sinne von einer neuen Saison oder so. Von dem Parcours, den die da gerade, ich weiß nicht, wie man das nennt, von ne? Ja. Ja, immer, weiß ich nicht, es wird immer was gewechselt, wenn irgendwas hintereinander passiert ist. Wechsel einer Filmserie. Was ist ein Pony? Ein kleineres Pferd. Das kleinere Pferd. Ein kleines Pferd. Ein Pony ist ein kleines Pferd? Nein. Das, was der da hat. Was? Auf den Haaren, was der da auf den Haaren hat. Also Frisur quasi. Ja, oder ein Pferd, ein kleines. Also hier vorne die Haare so. Also hier vorne.